Das ist aber erstmal nur die grobe Nähe, dann müssen wir noch ein bisschen suchen. Ja, ich zoome schon mal rein, ich halte schon mal Ausschau von hier oben. Vielleicht sind wir da, dann sehen wir uns, dann kriegen wir alle einen Crash. Yo, kurz vor der Landung. Jetzt müsste schon ein Wald zu sehen sein. Ja, du musst dann von dem schwarzen hohen Gebirge noch mal ein bisschen senkrecht hoch. Ja, ja. Zu den Canyon-Ende irgendwie. Was macht ihr denn da? Wir versuchen hier was zu entdecken, hier so in so Oster... Äh, ich weiß nicht, was hier in so Niestereg, weißt du? Jetzt hat mir die Tage mal Pech, weil Nacht... Boah. Ich glaube, du musst dich mehr rechts halten von dem Flex. Ne, das war genau da drüber. Zwischen den Höckern. Also, ich sehe es noch nicht. Zu weit kann man auch nicht reinzoomen. Ne, wir sind noch zu hoch. Ne, wir sind noch zu hoch. Wie sagt man das Radar, das ruhig hier. Außer, dass mein Crime-Status wieder voll ist und blinkt, ich bin quasi Schwerverbrecher im Universe. Wie immer, Alter. Wissen wir doch. Alter, Schwerverbrecher. Ja, super wunderbar. Das ist wirklich zu belässer da unten. Da ist der Canyon. Ich bin mir sicher, wir werden es jetzt finden. Wir wollen noch vielleicht zwei Minuten da rumkreisen. Wir müssten auch gleich eintreten eigentlich. Ja. Gleich wird's ruhig. Ich bin nicht so weit drüben. Ja, wir sind genau richtig. Da ist der Canyon. Das ist nur der Canyon und am Ende des Canyon müsste es eigentlich sein. Das ist aber der falsche. Aber wir werden es sehen. Nee, ich sehe sie glaube schon. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Das ist gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr. Nein. Nee, ich sehe sie. Ja, die Richtung ist gut, Master. So halten. Sag ich doch. raus. Da siehst du die zwei dunklen Punkte schon. Das sind die Triebwerke. Ach, da hinten. Jo. Oh, sorry. Jo, das ist er. Ja. 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 Gefunden. Ja. 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 Das machst du jetzt. Das machst du jetzt? Ach so. Ja. Ja. Direkt voraus. Ja. 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 Hat ich bei dir ist es ja nur ein Schrottaufen. Ja. Aber einfach mal auch um die Größe zu sehen. Sie sind die Tatsache gekommen. Ich glaub, was brauchst du da für eine Crew? 80 meines 25 zum steuern das effizient zu steuern da kannst du auch direkt drauf landen das ist so ein hangar praktisch von der jetzt rechts fließt nach rechts einschwenkst ja oder wir gehen hier runter oder da oben auf dem berg wo die triebwerke ja das geht auch links daneben da wo das andere stück da noch die brücke und was das sein soll wo ist die power of? wo ist die power of? wo ist die power of? direkt unter dem großen display in der mitte ja entweder kippt sie jetzt um oder? ne die schlägt gut sieht gut aus sehr geil muss doch nur noch mal aus dem sitz aufstehen hier das betreten wir zusammen jetzt den fuck schon mal die kniffte ziehen hier ah sehen ja wenn wer kommt jetzt steck's ab da alle ne für den fall der fälle ja aber wir lassen das jetzt die türen ich mache hier nun, warte warte ich ziehe hier nun nach links ok die sichere nach links gehst du zu? man kann nicht es ist nur was erstmal rein und erstmal alter guck ich mal das riesen viel an und da oben auf dem berg liegen nur die triebwerke gucken wir es mal unten rein oder wenn es hier oben wo reingeht, hier geht es nicht rein das war ein geschütztürmer, oder? können wir hier nicht reinhüpfen? so, wir können uns mal hier wenn dann glaube ich eher von oben drauf, oder? genau, dann machen wir mal ein schönes Gruppenfoto Communityfoto, ja hier ist die Brücke, glaube ich das ist ein Teil von der Brücke ja, ja aber da kann man schon mal rein rein diese Brücke machen das ist auf jeden Fall ein Teil davon passt auf mit springen und so, ey ich bin ja so ein Auto zwischen den Türen hängen gekommen, ey zack, Arme brauche ja es geht los kann hier irgendwas machen nein hier stehst du denn Detlef hier oben hier kannst du sagen hier Jungs ruhig zu hier gehts voran ich bin Chef ich will König sein ich will König sein ich bin Arnie ich nix schuld Kattles steht ein bisschen schräg hier auf der Ühe ja ja, so leicht so, jetzt müssen wir mal gucken wir die Außenwände nicht irgendwie hochlatschen können hier ist es ein bisschen flacher ja ach, das Oxidicin müssen wir heute ein Auto behalten nicht dass wir hier ja, im schlimmsten Fall in der Kattles wieder auffüllen ja, ich hab keinen Penn mitgekauft oh hinterlassener Fußabdrücke echt? oh ja die Fußabdrücke haben sie auch schon so früh gespielt tatsächlich ich hänge ich hänge ich hänge hier unten jetzt gehts weiter laufe ich eigentlich richtig, oder? ja, ja wir sind hier oben nee, ich meine kann so komisch aus wie ich hier laufe ja, du schwebst in diesem halben Liter ja, hier liegt auch in der Luft ja, ja boah, das ist ja ja, ja ja, nein oder? ja, f4 und y das geht nicht mehr gerade jetzt jedenfalls oder zweimal f4 drücken und dann f4 nee, dann gehts wieder zurück nee, mit 3-1 gab es nur noch einmal f4 irgendwie ach, du boah boah, besser hast du Landing Complete? nee, noch nicht ich sag mal doch, da war ein Wind ok so, jetzt stimmt er ja, Power-Off finden wir ups hättest du auch vorne ausstreichen können nein, ist egal Fenster hoch, ja ja oh, Alter das kann ich nicht schon wieder abstürzen ich muss das LK ja Bildschirmvorderungen gemacht ich mach noch eins bleib mal ruhig ja okidoki wo da haben wir okidoki ich bin noch vor der Füße geschossen aber ich dachte es staubt immer ein bisschen ich hör es aber nicht anstecken hey hab ich dich getroffen? jetzt hat er mich mit dem letzten Schuss getroffen ehrlich? ja jetzt blutest du ha 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 nee, noch nicht aber gleich f4 haha ok was wollt ihr eur Crime-Stat hochsetzen? wir versuchen jetzt mal wir fliegen jetzt mal hin oder? nach bei uns haben wir treffen auf Cecile sag ich schon Céline nach hier auf Dings sag doch schon also ich werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen wenigstens ein genau im Céline Orbit auf Career ich werde mal versuchen einen Strich wieder ja warte ist die Tür hinten zu? nee, warte mal warte, noch nicht starten Junge wo geht's jetzt kannst du